Ja, herzlich willkommen hier am Set von Schlussmacher Drehtag Nummer 95. Wir drehen gerade eine Szene, wie ich mit Mina und Peschol zusammen im Bett liege. Ja, wir machen nur eine vom Mokste so ein bisschen. Scheiße! Lass uns drehen. Es fasziniert mich, weil er hat so zwei Hütte, sagen wir das, er macht alles und man fühlt sich wohl. Ich mache Schluss mit dir, ich mache Schluss, tschüss, bye bye.